ja hi und herzlich willkommen zu storytime nummer acht und im letzten teil habe ich euch so ein bisschen erzählt wie es alles losgegangen ist mit der antlageverlesung wie der prozess so gestartet hat und in diesem teil gehen wir so ein bisschen näher auf den prozess ein wie ist es gelaufen was genau wurde uns überhaupt vorgeworfen wie ist so die beweisaufnahme abgelaufen und so weiter und so fort und in dem teil gibt es noch ein paar mehr details zu wsm also auf jeden fall gucken lohnt sich und ich würde sagen wir gehen direkt rein ja also die der erste prozentstag war geschafft antlageverlesung war durch wie gesagt es ging relativ lang dreieinhalb stunden die anklage hat so 210 seiten umfasst aber natürlich gab es auch noch anlagen dazu die noch umfangreicher waren also wurde relativ sauber ausermittelt alles und konkret wurde uns vorgewerbe geworfen 196 mal band mäßiger drogenhandel und ein fall und treue und treue der exis cam was wie gesagt eine absolut ehrenlose aktion war aber auf jeden fall wurde das auch als untreue angeklagt diese 196 mal band mäßiger drogenhandel ist natürlich so dass theoretisch darauf noch mehr anklagepunkte hätten generiert werden können durch die staatsanwaltschaft allerdings wurde war es so dass diese anklagepunkte waren natürlich nur aus der datenbank generiert das heißt es gab jetzt keine wirklichen käufer die identifiziert worden waren oder oder drogen die sichergestellt wurden sondern die wurden aus dieser sichergestellten datenbank von wall street market wurden diese anklagepunkte quasi konstruiert und da auch nur von trusted vendors also dazu ganz kurz auf wall street market gab es verschiedene vendor level quasi also es gab ein es gab basic vendors die haben auch was zahlen müssen für die registrierung die durften nur treuhand nutzen und es gab trusted vendors das waren vendors die schon wie gesagt trusted waren die durften auch first nutzen der unterschied ist treuhand funktioniert so dass ein nutzer bestellt etwas das geld also die bitcoin werden auf ein wallet von wall street market überwiesen und dieses geld wird erst dem vendor weitergeleitet sobald der käufer sagt die wahre ist angekommen bei first ist ein bisschen anders da der bestellprozess ist relativ gleich es wird dann ein wallet generiert der käufer überweist die bitcoin drauf der unterschied ist aber dass diese bitcoin sofort an den verkäufer weitergeleitet werden und wie gesagt diese 196 mal band mäßiger drogenhandel wo auch diese nicht geringe menge überschritten wurde waren nur trusted vendors ja es hat wie gesagt nur aus der datenbank generiert das wurde aber dann konkret angeklagt es ist dann weitergegangen im prozess wie gesagt die die anklage wurde verlesen und in den nächsten prozesstagen ist es dann so gewesen dass wir uns eingelassen haben ja wir sind drei angeklagte gewesen und es ist so dass wir dann quasi uns zur sache einlassen konnten und das haben wir auch alle drei gemacht ich hatte den anfang gemacht ich habe mich dann noch mal zur sache eingelassen wie ich das ganze so gesehen habe hat sich auch mit dem gedeckt was ich bei der bei der vernehmung von bka bereits gesagt hat gesagt hatte als ich noch in der u-haft war und die anderen beiden haben dann auch ihre einlassungen gemacht die nächsten prozess tage und dann geht so verfahren weiter mit der beweisaufnahme und in unserem fall war die beweisaufnahme so dass im endeffekt eigentlich die bka-beamten die mit dem fall vertraut waren auch mit dem cyberbanker fall teilweise die haben ausgesagt ja und da kann man auch so ein bisschen raus wie die uns überhaupt erwischt haben ja und zwar war das so eine mischung aus verschiedenen ermittlungsansätzen zum einen wand ist natürlich dann auch ermittlungen bei providern crypto analyse und so weiter und so fort später in die tk us und was sehr sehr interessant war im rahmen der beweisaufnahme für mich persönlich wir haben erfahren wie die behörden auch zugriff auf unsere server hatten und ich dachte bei der festnahme immer nur sie hatten keinen physischen zugriff im verlauf der beweisaufnahme hat sich aber herausgestellt dass die behörden physischen zugriff auf unsere server hatten und zwar war es so dass die die server identifiziert hatten und dann auch irgendwann wussten dass die im cyberbunker stehen und das bka ist dann mit einem besuchungsbeschluss zum cyberbanker und dort wurden dann die server rausgegeben freiwillig von den mitarbeitern von cyberbanker und so hatten die behörden dann zugriff auf die server auch physisch und das war was neues für mich und hat mich auch hat mich auch mega überrascht irgendwo ja wie gesagt diese beweisaufnahme im großen und ganzen gab es dann irgendwie keine größeren überraschungen die begraben die bka beamten hatten ausgesagt da ging es dann auch um so geschichten inwieweit hat unser mitwirken geholfen zum beispiel bitcoins sicherzustellen das wurde dann auch schnell klar dass es wahrscheinlich den beamten nicht möglich gewesen wäre die bitcoins sicherzustellen wenn wir nicht mitgewirkt hätten das heißt unsere passwörter rausgegeben hätten und es war auch ein gutachter anwesend ein technischer gutachter der dann diese war street market so ein bisschen erklärt hat der bei technischen fragen zur verfügung stand für das gericht wenn es da unklarheiten gegeben hat und dieser gutachter das einzige was mich so ein bisschen gestört hat der war vom bka und eigentlich ist ja natürlich so dass man das schon einen unabhängigen gutachter nehmen sollte in unserem fall war er vom bka ich würde ihm jetzt nicht unterstellen dass er irgendwie da einseitig irgendwie berichtet hat aber es war für mich so ein bisschen ja wäre mir lieber gewesen wenn es irgendwie unabhängiger gewesen wäre auf jeden fall im rahmen der beweisaufnahme hat dann auch dieser gutachter wall street market vorgestellt das heißt es wurde eine leitemann aufgebaut die hatten die datenbank und wall street market aufgesetzt auf dem lokalen server und haben das dann gezeigt wie die registrierung funktioniert wie das back end läuft wie das admin panel funktioniert wie so ein verkauf funktioniert im endeffekt einfach damit das gericht sich da auch ein bild von machen kann das hat dieser gutachter gemacht gleichzeitig waren bei gericht noch die jugend gerichtshilfe weil ein mit angeklagter heranwachsender war zum zeitpunkt und noch eine psychologische gutachterin für den zweiten mit angeklagten er hatte wirklich psychisch einige probleme und deswegen war da noch eine gutachterin und im endeffekt wie gesagt diese beweisaufnahme war dann auch relativ schnell zu ende die war schneller zu ende als wir dachten wir dachten am anfang noch okay beweisaufnahme wird ein bisschen dauern es gab aber wenig anträge von uns und auch von der staatsanwaltschaft und dann war die beweisaufnahme relativ schnell zu ende was noch so ein ein ding war eine frage während der beweisaufnahme und auch im gesamten prozess waren so sachen wie fake bewertungen es kam oft vor auf wall street market dass verkäufer bei sich selber bestellt haben um sich dann eine positive bewertung machen zu können und das thema haben wir natürlich auch mit eingebracht über unsere anwälte weil wir natürlich erreichen wollten dass da auch ein teil abgezogen wird dass man jetzt nicht jeden verkauf da quasi wertet und auch da hat der gutachter kam dann quasi hat es geprüft und das gericht hat dann quasi angenommen zu was er der gutachter hat raus sortiert welche verkäufe wurden innerhalb von 24 stunden generiert und innerhalb von diesen 24 stunden auch wieder bewertet aber das natürlich relativ unwahrscheinlich ist dass in so einem kurzen zeitraum der trade komplett abgeschlossen ist und diese wurden dann später vom gericht auch auch abgezogen das war noch so eine sache die das war so eine frage im prozess einfach die wir dann aufgeworfen hatten und ja wie gesagt beweisaufnahme war dann relativ schnell um ich werde wie gesagt auch noch mal genauer darauf eingehen in den nächsten videos es wird noch eine serie geben zu wall street market wie das genau funktioniert hat wie es gelaufen ist und dann war es so dass wir verzicht dann war es so dass wir verzichtserklärungen abgeben mussten das heißt es wurden ja sachen sichergestellt bei mir war es bargeld auto uhren andere wertgegenstände und wir haben natürlich eine sicherstellungsliste bekommen vom bka und da ging es jetzt um diese verzichtserklärungen das heißt wir haben gesagt auf was verzichten wir ich habe natürlich auf die bitcoins verzichte auf das auto auf das bargeld es gab zwei sachen die ich irgendwie zurückhaben wollte habe ich bis jetzt aber noch nicht und auch die beiden anderen angeklagten haben zum großteil auf also auf die wertgegenstände und auf sichergestellte bitcoins und geld verzichtet und ja dann geht es eigentlich weiter dass die gutachter noch noch aussagen beziehungsweise ihre meinungen geben wie gesagt es war ja einmal die jugend gerichtshilfe die dann auch dem gericht empfohlen hat dem jüngeren mit angeklagten eine jugendstrafe zu geben und habe ich mich gefreut für ihn auf jeden fall sehe ich auch so die jugend gerichtshilfe hat es gesehen dass er noch als heranwachsender gilt und auch quasi so ein bisschen durch der hatte eine sehr schwere kindheit auch muss man wirklich sagen und dadurch auch eine entwicklungsverzögerung hatte und dann hat noch die gutachterin ausgesagt für den zweiten angeklagten wir hatten psychisches gutachten quasi vorgelegt und da ging es um die frage schuldfähig und nicht das war dann aber so dass sie zum schluss gekommen ist dass er schuldfähig ist und ja was halt während diesem ganzen prozess so eine sache war es waren eigentlich wir haben ja im april gestartet und da waren bis august prozess tage angesetzt und wenn weitere benötigt werden dann hätten wir jeden freitag weiter verhandelt und meistens was so dass unter der woche so zwei prozess tage waren für mich war es relativ schwierig weil halt der prozess in frankfurt stattfindet und ich dann auch immer relativ früh nach frankfurt kommen musste und ich habe ja aktuell kein führerschein weil ich den entzogen bekommen habe wegen punkte so und dann war es immer relativ schwierig da hinzukommen mich hat mein sehr guter freund dennis gott sei dank immer gefahren aber diese mir ging es immer so dreckig morgens es war echt wirklich immer irgendwie schlimm da hinzufahren zum gericht und ich glaube wir hatten dann am ende zehn verhandlungstage ich kann es gar nicht genau sagen ich glaube aber zehn verhandlungstage waren es dann insgesamt und ja wie gesagt beweis auf wurde geschlossen dann und dann stehen auch schon die plädoyers an und bei den plädoyers ist es so dass die rechtsanwälte anfangen mein rechtsanwalt hat angefangen er sah die sache eher als beihilfe also gewerbsmäßiges verschaffen einer gelegenheit zur abgabe von betäubungsmittel was ja auch der ermittlungstatbestand war ursprünglich und auch die anderen beiden anwälte sind so in diese richtung gegangen wir hatten wir haben keine konkreten anträge gebracht was ein strafmaß angeht ja und dann kommt das plädoyer der staatsanwältin und was bei uns auch noch war wir hatten beantragt alle drei rechtsanwälte den haftbefehl aufzuheben ich möchte euch das so vorstellen als wir sind in uhaft gekommen und da besteht natürlich ein haftbefehl und als wir rausgekommen sind auf uhaft hat dieser haftbefehl weiter bestand er wird nur außer vollzug gesetzt unter auflagen die auflagen waren unter anderem das land nicht verlassen sich einmal die woche bei der polizei melden keinen kontakt zu den mit angeklagten und so weiter und so fort und wir haben natürlich bei den plädoyers dann beantragt diese haftbefehle aufzuheben ja wie gesagt dann war die staatsanwaltschaft dran mit ihrem plädoyer und sie hat dann auch beantragt die haftbefehle aufzuheben und da dachte ich noch ja super wenn sie das beantragt dann kann es ja nicht so wild werden und dann hat die natürlich die straf des strafmaß verkündet natürlich auch die ganze sache rechtlich und juristisch begründet und dann kamen von ihr sieben jahre neun monate für mich sechs jahre drei monate für den anderen mit angeklagten und fünf jahre drei monate für den jüngsten angeklagten weil er nach jugendstrafrecht zu verurteilen ist hat auch die staatsanwaltschaft so gesehen und das war ein moment bei den plädoyers wo ich dachte boah heftig heftig aber auch da das war so ein tag ich habe das dann genommen wir wussten ja auch schon in welche richtung das geht das hat mich jetzt nicht so mega aus der bahn geworfen aber man hat natürlich schon hausnummern aber ich dachte natürlich es ist gericht die staatsanwältin verkauft ein auto und setzt den preis hoch an weil sie weiß dass wir dann irgendwo der mitte rauskommen also dachte ich mir okay bewährung war ich schon lange raus aber ich dachte okay zwischen 3,5 4,5 jahre können wir rechnen und so war auch die einschätzung meines anwalts und wir wussten ja auch noch nicht weil die kammer hatte da nicht viel durchblicken lassen wie die kammer das rechtlich überhaupt bewertet weil es ja ein relativ schwerer prozess war wir dachten die chancen stehen gut dass die kammer sagt naja es ist kein bandenmäßiger drogenhandel sondern es ist gewährungsmäßig das verschaffen einer gelegenheit zur abgabe von betäubungsmittel also dass sie diesen straftatbestand ändert und uns nach diesem beihilfedelikt verurteilt und das war wirklich meine hoffnung und ich dachte auch und auch die anwälte dass es eigentlich relativ gut aussieht in die richtung weil natürlich wir haben das so argumentiert dass wir keinen kontakt zur ware hatten dass wir die preisgestaltung nicht gemacht haben dass wir die ware nicht versendet haben dass wir keinen einfluss darauf hatten wo geht die ware hin und wann all diese sachen und deswegen dachte ich okay die chancen stehen gut dass die kammer sagt nee ist kein bandenmäßiger drogenhandel es ist beihilfedelikt auch bei einem beihilfedelikt könnten natürlich im endeffekt dieselben strafen dastehen aber diese beihilfe geht von 1 bis 10 jahren und dieser bandenmäßige drogenhandel geht von fünf bis 15 jahren das heißt das mindest strafmaß ist das schon mal fünf jahre da geht nichts drunter außer man würde jetzt einen minderschweren fall draus machen aber ist natürlich schwierig bei uns wie gesagt die plädoyers waren durch und ich war auch wirklich froh dass es jetzt dem ende zugeht es war für den nächsten prozess tag dann das urteil angesetzt und ich glaube es waren so drei tage und das war schon auch eine zeit die natürlich irgendwie schwierig war wir haben da gewartet und und ich wusste jetzt fällt das urteil bald in erster instanz und es ist natürlich man macht sich das schon gedanken wie willst gericht entscheiden gehen die auf bandenmäßigen drogenhandel gehen die auf diese beihilfe schließen sie sich der staatsanwaltschaft an und so weiter und so fort aber wie gesagt wir waren guter dinge auch beim anwalt auch die anderen anwälte wir dachten die chancen stehen gut dass entweder ein beihilfedelikt wird oder minderschwerer fall und wir in meinem fall auf dreieinhalb bis viereinhalb jahre kommen und ja dann war es natürlich so dass der tag der urteilsverkündung immer näher gekommen ist und wie das abgelaufen ist und was danach passiert ist erzähle ich euch im nächsten teil und ihr seht wir nähern uns immer mehr der gegenwart und bald werden auch teile kommen in dem ich so ein bisschen genauer auf wsm eingehen werde wie das ganze funktioniert hat was die probleme waren wie wir uns überhaupt kennengelernt haben alle zusammen wie es zu der entwicklung gekommen ist und so weiter und so fort ja wie gesagt nächste story time dann erst mal die an nicht die anklage sondern die urteilsverkündung und was danach so passiert ist wie ich mich gefühlt habe und so weiter und ja gerne abo da lassen daumen hoch die glocke aktivieren und ansonsten gerade bleiben und wir sehen uns beim nächsten mal